Und dann habe ich mich dann gesetzt und gesagt, ja, gute Frage, warum eigentlich nicht? Wie kam es dann zu der Entscheidung? Zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es einfach zu viel. Im Endeffekt, auch wenn es der gleiche Content ist, setzt du dich einmal hin und erzählst das in Deutsch und dann setzt du dich da hin und erzählst das in Englisch. Die B-Roll kannst du immer gleich verwenden, die Musik kannst du gleich verwenden, aber es ist trotzdem immer mehr Arbeit, gerade beim Editieren und beim Drehen.